Hallo zusammen! Ich stehe hier immer noch in Dörpen. Es ist der letzte ganze Tag für uns hier in Dörpen. Gestern hat es noch geregnet, jetzt ist alles besser geworden. Mag man meinen, jetzt kämpfen wir nicht mehr mit Regen, sondern mit stärkstem Nord-Ost-Wind. Das Meer ist wilder als Wild. Trotzdem ist hier auch total genial. Dort vorne ist noch das Stadion. Und wenn ich bis dahin nicht weggeweht bin, dann geht es auch gleich hin. Dort spielen die Niederlande gegen Slowakei. Und hoffentlich ist es da auch nur annähernd so stürmisch auf dem Spielfeld wie hier. Hallo zusammen, ich stehe jetzt hier schon vor dem Stein in den Dörpen. Und kennt ihr das, wenn man so Sonnenbrillen auf hat mit orangefarbenen Gläsern? So sieht das hier nämlich auch aus. Alles orange, alles Holländer. Vielleicht treffen wir die ja im Finale. Das wäre ja gar nicht schlecht. Aber die Stimmung machen können die. Musik 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 Guck mal an die andere Seite, bitte, viel besser raus. Oh nein, aber Deutschland hat ja noch mal raus, oder? Aber das ist nur jetzt. Aber im Halbfinale, Deutschland, herunter nach 8.00 Uhr. Nein, nein, wir treffeln im Finale. Im Finale? Ja, ich glaube nicht. Nein? Na, Argentinien. Ja. Ja, ich auch nicht. Okay. How do you like my hair? 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 Why is there some yellow? Ich kann auch Deutsch sprechen. Warum ist das ein bisschen gay? Ah, ich bin, das ist ganz geil. Wir gehen zu die... Und du bist der holländische Elvis? Wir sind die holländische Elvis, ja. Holländische Elvis. Holländische Elvis. Okay, und heute ging es nur noch kein Problem? Aber wir haben einen Wunsch, einen großen Wunsch. Ach, die Brüder, wir wollen gerne Deutschland in die Finale gegen Holland. Das? Holländisch, ja. Ja, das ist wirklich ganz geil. Das finde ich auch. Oder nicht, oder nicht? Das wäre genial. Und dann? Wir winnen. Oh nein. Da müssen wir noch drüber reden. Loser Central machenainschauER Radio. parfait loser Bett ب prosertert f護dern. Ohne rehabilitate! Bravo courte Boole! Alte interfere! Auf, beangeher! Auf, beangeher! ♡! Wir sind hier in der Röntgen auf dem Partybus aus Holland. Ich habe es ja im Partybus geschafft und versuche die Stimme einzufangen. Oben am Partybus und hier wird gefeiert. Jetzt also von oben vom Partybus. Was ist dieser Bus? Ich sehe ihn für die erste Mal. Ein Deutschland Bus. All die weg von Holland. Wo sind wir von Holland? All die weg von Holland. Und wo sind wir jetzt? Es ist die Unterstützer Bus, die Elisabeth jetzt. Okay, so ihr folgt die Team? Natürlich, natürlich. Eine große Party, eine Orangia Party.